Hallo Leute, herzlich willkommen zurück auf TheJoCraft, zur 107. Folge eurer Einsendung. Und der Felix hat heute eingeschickt, Schließfachsystem, Alternative zu Boxlager, viel Spaß in der Welt, geschickt ist ein Download zur Welt, den ihr in der Videobeschreibung findet, ansonsten soweit nichts und Word by Fede, oh Gott, das ist, das ist Augenkrebs da unten, egal. Ähm, so, klick mich, 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 aaaaaaah, okay, gut, ähm, so, also, wir sehen, das Ganze wurde natürlich ohne Command-Blöcke umgesetzt, äh, 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 so, li, was ist da, was ist, was ist, was ist, lies mich, lies mich, lies mich, lies mich, lies mich, jemand scheint es hier anzulegen, darauf, dass, 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 dass man hier, hier, aah, ein bisschen Aggressionen bekommt, egal, so, also, lies mich. Hallo, tier 10 andere. Zunächst mal, ja, ich weiß, dass du auch schon sowas gemacht hast, aber dein Boxlager hat, 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 hat bei mir nicht funktioniert. Hey, dein Boxlager hat bei mir funktioniert. Deshalb habe ich mich daran gesetzt, ein Schließfachsystem ohne Schalkerboxen zu machen. Dabei ist dann das hier rausgekommen. Ob ihr das als eures ausgibt, juckt mich nicht, lustiger Typ. Eins zu eins kopiert ist nur das DMS und die ED. Nee, das System funktioniert ohne CMD-Blocks, die sind lediglich für den Reset und den Custom-Villager und den Augenkrebs-Zonen. Des Weiteren sind CMD-Blocks im Verkaufsbereich, dieser gehört aber nicht zur Technik. Ansonsten viel Spaß mit der Map und wir drücken einfach mal hier. Okay, wären wir jetzt in Game Mode 0, wäre jetzt schon alles zu Ende. Reset, ich drücke auf Reset. Was ist passiert? Ich weiß es nicht, egal. Wir gehen jetzt mein Inventar ist weg. Unverschämt halt. Wir brauchen Emeralde und Emeralde, 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 Emeralde. Wo sind die Emeralds? Mao Yang. Waren die nicht immer hier? Die waren auch immer hier. Da, da, da. So. Gut. Frank. Hallo Frank. Was kannst du mir anbieten? Danke, brauche ich nicht. Bereit? Klick mich. Ich habe gerade ein Déjà-vu. Okay, nochmal. Ah. Frank. Frank. Was gibt es immer? Psst. Ausverkauft. Gratis bei... Was steht hinter dir? Keiner. Da. Okay, egal. So, Frank. Frank verkauft mir grüne Wolle. Hier Wollgutschein einwerfen. Tür öffnen. Klick. Iiii. Tür ist offen. Geht die automatisch zu? Nein, die geht nicht automatisch zu. Oder? Doch, geht sie offen. Weiß ich nicht. Doch, sie geht automatisch zu. Okay. Tür öffnen. Tür öffnen. Bitte Diskretionsabstand halten. Okay. Da bin ich. Tür öffnen. Schlüssel einwerfen. Ich habe keinen Schlüssel. Tür. Für Verriegelung. Mhm. Mhm. Okay. Ich habe aber keine. Dann müssen wir nochmal... So. Dann müssen wir so. Und dann müssen wir nochmal die Tür öffnen. Ein bisschen umstecken. Dann können wir auch mit Druckplatten machen. Okay. Frank. Ich habe keinen Schlüssel. Was tun wir? Kannst du mir einen Schlüssel organisieren? Das scheint vielleicht ein Schlüssel zu sein. Okay. Wir kaufen uns mal Wolle. Danke, Frank. Ich kann nur einmal Wolle kaufen. Hm. Okay. Einmal Wolle. Hier Wolle Gutschein einwerfen. Habe ich. Jetzt ist er beschwipst. Obwohl, es wurde ein neuer gespawnt. Natürlich, es wurde ein neuer gespawnt, damit... Ah, das ist gut gemacht. Damit man... Ah, sehr gut. Jetzt wurde ein neuer Villager hierhin gespawnt. Und das ist auch gut, dass man immer nur ein Item dort kaufen kann. Das ist nicht schlecht. Schließfach 603 habe ich bekommen. Okay. Dann Tür auf. Und nochmal die Tür auf. Okay. Und jetzt aber. Schließfachschlüssel einwerfen. Ist getan. Was passiert? Nix. Aber das ist auch nicht schlimm. Ich gebe dem Ganzen ein wenig Zeit. Zeit. Schön wäre... Ich meine, mein Schließfach hat auch sehr lang gebraucht. Aber cool wäre jetzt irgendwie eine Möglichkeit, dass man sehen könnte, ob denn hier noch was im Gange ist. Also, ob hier was passiert oder nichts passiert. Denn warten ist meist... Also, ich kann die Tür verriegeln. Das ist schon mal gut, dass ich die Tür verriegeln kann. Aber bis jetzt passiert nicht viel. Tut's denn die Technik? Da fährt was. Okay. Ist schon mal gut, wenn da was fährt, oder? Aha. Hat ein bisschen gedauert, aber da ist Minecraft. Gut. Als Minecraft packen wir den Rest der Emerald rein und wir sind jetzt fertig, ne? Dann. Tür öffnen. Warte mal. Achso. Schlüssel. Ich nehme mir den Schließfachschlüssel. Und sobald ich dann die Tür öffne, geht das Ding wieder zurück. Okay. So. Jetzt bin ich mal gespannt. Da ist das Minecart. Das Minecart fährt auf seine richtige Position. Das sieht gut aus. Also scheint das schon mal funktioniert zu haben. Die Frage ist natürlich, was soll denn jetzt noch der ganze andere Spaß, der hier ist? Und allgemein, was soll die Technik hier? Und es ist allgemein auch sehr dunkel. Und wir können mal ganz im Prinzip Brightness etwas höher stellen. Okay. Dann können wir alle besser sehen. Also prinzipiell funktioniert es ja schon mal. Wir können uns den gleichen Spaß nochmal angucken. Ich werfe den Schlüssel hier ein. Der Schlüssel wird hier rausgespuckt. Geht dann wahrscheinlich hier entlang. Nicht? Doch. Vielleicht. Irgendwie nicht, ne? Irgendwie habe ich das Gefühl. Da ist nichts passiert. Und den Schlüssel hatte ich gerade reingeworfen. Also es ist ja schon mal cool, dass es überhaupt funktioniert. Aber ihr habt doch jetzt gerade... Da ist der Schlüssel. Oh, da musst du aufpassen. Du musst hier einen Block hinsetzen. Da hat sich mal gerade passiert, dass... Ah, okay. Das ist ein guter alter Minecraft-Fehler. Aber jetzt... Aber der Schlüssel geht hierher. Geht ins Minecraft rein. Und jetzt... Ja, was jetzt? Wo kommt das Stromsignal her? Und der Stromsignal zum Starten des Minecarts kommt her von... Türverriegelung. Das heißt, ich muss die Tür verriegeln. Und dann geht es los erst? Hm. Offensichtlich. Das heißt, ich verriegele die Tür. Und erst, wenn die Tür verriegelt ist, erst dann... Okay, das muss er auch irgendwie beschreiben. Oder gibt es eine Beschreibung? Und ich bin wieder zu doof, die Beschreibung zu finden. Okay, also sobald die Tür verriegelt ist, dann schaltet sich das System an. Das Minecart fährt hierher, nimmt jetzt einen Weg. So, es nimmt jetzt diesen Weg hier. Okay, und was macht das Minecart? Es hält jetzt hier an. Und wartet dort. Dadurch wird... Zug losgeschickt. Und das Minecart nimmt den Schlüssel wieder mit. Ja, das Minecart hat gar keinen Schlüssel mehr drin. Wo ist denn jetzt der Schlüssel hin? Ach, der wurde ja gerade abgegeben, oder? Jetzt ist der Schlüssel drin. Nein, der Schlüssel ist wieder nicht drin. Jetzt fährt das Minecart einfach zurück. Was ist mit dem Schlüssel passiert? Der Schlüssel... Äh... Okay, jetzt fährt das Minecart nur noch Spirale. Einverstanden. Das Minecart fährt Spirale. Aber was ist denn jetzt mit meinem Schlüssel los? Der Schlüssel muss ja irgendwo sein. Der Schlüssel liegt hier. Okay, jetzt liegt der Schlüssel plötzlich hier. Schließfach 603. Mein Schließfach ist auch nicht mehr aufzufinden. Ich glaube, das fährt automatisch nach einer Zeit wieder zurück. Hm, die Technik ist noch nicht so ganz idiotensicher, um ehrlich zu sein. Ich verstehe die Technik noch nicht so ganz. Okay. Ähm... Was passiert da mit dem Schlüssel? Der Schlüssel wird irgendwo hier abgegeben. Ja, bestimmt. Und was passiert da mit dem Schlüssel? Arrivederci und Wiedersehen, oder wie? Offensichtlich. Ne, der Schlüssel gelangt hierhin. Ah, der Schlüssel kommt hierhin und dann wird über diesen Wasserstrom... Hoho, was für eine Technik. Eieieieiei, der Schlüssel nimmt einen langen Weg. Okay, und dann nimmt er den langen Weg wieder zurück hierhin. Okay, der Schlüssel dreht einmal eine Runde. Okay, so weit bin ich gekommen. Ähm... Wie ist das denn jetzt, wenn ich mir ein anderes Schließfach hole? Kann ich mir ein anderes Schließfach holen? Was passiert denn jetzt, wenn ich jetzt zu Frank gehe und bei Frank einfach nochmal genau das gleiche kaufe? Okay, ich kann es mir unendlich oft kaufen. Gut, ich habe mir ganz viele grüne Wolle besorgt. Jetzt hole ich mir mal rote Wolle, weil warum auch immer. So, ich habe mir ganz viele grüne Wolle und ich habe mir ganz viele rote Wolle. Schauen wir mal. Ich werfe grüne Wolle rein und... Nichts passiert. Doch, ich erhalte den gleichen Schlüssel nochmal. Das ist aber nicht gut. Da kann sich ja jemand meinen Schließfach einfach so kaufen. Und jetzt erhalte ich aber einen anderen Schließfachschlüssel, oder? Ja, gut, ich habe einen anderen Schließfachschlüssel erhalten. Gut, okay, okay, okay. Gut, wir gehen wieder rein, drücken auf Tür, öffnen und werfen dann hier den anderen Schlüssel rein und verriegeln. Weil wenn wir nicht verriegeln, dann geht auch hier nichts. So, dadurch fährt LeMineKart, wie wir nun sehen, los. 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 Sehr schön. Und in diesem war ein anderer Weg. Fährt hierher und fährt hierhin. Und lässt damit das andere MineKart an dieser Stelle los. Das MineKart bleibt für einen Moment hier stehen. Ich glaube, das ist so gewollt. Ja, und da oben die Lampen, die hier zeigen, wie lange das MineKart da noch stehen bleibt. Ihr seht da, plimm, plimm, plimm und weg. Und das MineKart fährt wieder zurück. Okay, System nun komplett verstanden. Ich hoffe, ihr habt es auch verstanden. Fazit. Ich finde es nicht schlecht. Es ist bestimmt schneller als mein System. Aber ich finde es schwer zu bedienen. Ich finde, dass die Bedienung sehr kompliziert ist. Und auch wenn mein System recht langsam ist, so wage ich doch zu behaupten, zu sagen, dass mein System etwas idiotensicherer ist. Und mehrere Schutzmechanismen eingebaut hat, etc. Also, alles in allem eine schöne Einsendung, die du da geschickt hast. Ein tolles Konzept, so zu arbeiten. Aber das wäre auch um einiges einfacher gegangen. Hätte man kleiner und kompakter bauen können, die Technik. Und ein bisschen übersichtlicher. Trotzdem, du hast hier rum experimentiert. Du hast dir Mühe gegeben. Also, vielen Dank für die Einsendung. Und ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Vielleicht könnt ihr es ja benutzen, liebe Zuschauer. Ansonsten macht es gut. Bis bald. Und Welt, World, 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 World. Das geht mir so langsam auf die Nerven. Ciao, Leute.